Herzlich Willkommen zu einer Rettungsholge mit der Katerie. Wir haben noch viel zum Marsch. Wir haben den LKW meistens gefeiert. Der hatte ja Probleme mit dem Kursflug. Der scheint nicht zu funktionieren. Unser Drescher ist auch dabei. Leider fährt er nicht so viel Zeit. Das war ein Marsch, der Kursflug ist. Der Katerie ist auf der Witz. Das ist okay, guck mal. Das ist die Zoll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann geht es gleich wieder in die andere Richtung. Also ich kriege mein WebCamp nicht so eingefällt wie Safer oder so. Ich weiß nicht, ob das größer zu sehen wird, aber wenn es jemand weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wo soll er hin? Kamikaze sagen. Ich werde mal ganz kurz den Kurs beichern. Neu laden. Das war doch ja Mist. Wir werden gleich wieder rufen. Was hat es gedacht? Neu laden. Das war auch mit dem Traktor und Stroh. Beziehungsweise der andere spinnt. Die Rehle, die brauchst du für mich. Boi. Das ist ein Läppchen, das ist ein Läppchen. Oh, ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gut. Wir müssen den Stroh irgendwie besorgen. Da ist auch reife. Wir haben noch einen Auftrag. meineswissens so 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 weiss nicht so nehmann anderes so 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 klar muss aufgefüllt werden haha so 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 kurz aufladen ok so 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 die straße die straße ich möchte mal wetten dass gar nicht mal so gar nicht mal so 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 ja mein bild ist ja ganz so 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 ist so 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 ... und ... ... und ... So, das haben wir wohl auch gehabt. Jetzt schauen wir mal kurz in die Pferde rein, wo es schön blau ist. Und holen wir weg, da hat er aufgehört. Und holen wir weg, da hat er aufgehört. Und holen wir weg, da hat er aufgehört, da hat er aufgehört, da hat er aufgehört, da hat er aufgehört. Und da hat er aufgehört. Oh, wie ist denn? So, da war noch ein freier Traktor. Aktiv, aktiv. Halb, halb, noch nicht gemacht. Düngemission? Nö. Ja. Wird gleich fertig sein. War ein schöner Fuchs. Ich schaffe ja gar nichts. Siebzehn, fast fertig. G20. 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 Ah! G20. Warte, haufig. G20. G20. G50. G20. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das haben wir gleich Dann gehen wir auf FF20 Dann müssen wir schon lange die Runde werden Leider Die Zeitpunkt geht durch, ne? So, jetzt fahren wir auf FF20 Am FF20 werde ich mir so mit der Runde erzählen Ich fahle auf Bauland Kommt da auch noch weit hin Einklappen Einklappen So, FF20 So, FF20 So, FF20 So, FF20 So, FF20 Dann fahren wir gleich selber Aber wir beenden mal die heutige Folge Wir sagen mal Tschüss und Winke Winke Ich hoffe es hat euch gefallen Wir hören und sehen uns zur nächsten Folge Bleiben mal Winke Winke So, FF20 So, wir sind zwar weit Sieht mal even